Musik Dass der Elbe-Schifffahrtstag 2018 in Wittenberge stattfindet, ist kein Zufall. Beim Blick auf die rasante Entwicklung und Neuorientierung der ehemaligen Industriestadt, besonders im letzten Jahrzehnt, fällt auf, dass die Elbe hierbei eine zentrale Rolle gespielt hat. Und das betrifft fast alle Aspekte des Lebens in und an der Elbestadt. Ob wirtschaftliche Entwicklung, Tourismus, Kultur und Events, Wittenberge überraschte in den vergangenen Jahren immer wieder mit neuen Ideen, einem neuen städtischen Antlitz und vor allem neuem Selbstbewusstsein, direkt am Ufer der Elbe. Also die Elbe hat eigentlich für die Stadtentwicklung so drei Rollen. Das erste ist die Wirtschaft, das zweite der Tourismus und das dritte das Wohnen hier an der Elbe. Für die Wirtschaft ganz klar, die Elbe ist immer schon ein Schifffahrtsweg gewesen. Deswegen haben wir ja auch unseren Industriehafen ausgebaut als Logistikpunkt für Bahn und für Wasser. Und auch für die Straße. Besonders auf letztgenanntem Transportweg als auch beim Umschlag von der Schiene zeigte sich auf dem Elbeport in Wittenberge zuletzt ein starker Anstieg. So gelangte der trimodale Umschlagplatz für Wasser, Schiene und Straße zuletzt an seine Kapazitätsgrenzen. Ein Beweis für die hohe Nachfrage und dass die millionenschwere Investition, die in Wittenberge 2009 in Betrieb genommen wurde, die richtige Entscheidung war. Von der damaligen Schlüsselmaßnahme profitieren letztendlich nicht nur Wittenberge, sondern auch die weiteren Kommunen und Gemeinden des regionalen Wachstumskerns Prignitz. In Wittenberge selbst hat die Elbe noch weitere wichtige Bedeutungen. Das zweite der Tourismus, auch ganz klar, die alte Ölmühle, die sich ja als großer Tourismusstandort entwickelt, nur die so Elb-Ufer-Promenade hier, macht ja deutlich, dass Wittenberge auch dieses Standbein Tourismus immer weiter entwickelt. Und dazu zählt in erster Linie natürlich die Lage an der Elbe. Denn damit präsentiert sich Wittenberge in jüngerer Vergangenheit von einer ganz neuen Seite. Das zeigten zuletzt auch Groß-Events wie das Landesmusikschulfestival Sound City, aber auch traditionelle Veranstaltungen wie die Elbland-Festspiele, das Stadt- und Hafenfest oder der Elbe-Badetag, leben von der maritimen Kulisse und locken viele Besucher. Das gilt natürlich erst recht für den Brandenburg-Tag, der am 25. und 26. August in Wittenberge stattfindet und auch allgemein für das Leben der Bewohner von Wittenberge. Die Stadt dreht ja ihr Gesicht gerade um. Sie hat sich früher nach Norden, also weg von dem Wasser, entwickelt. Und jetzt entwickelt sie sich wieder ran ans Wasser, weil Wasser als Lebensqualität eine hohe Bedeutung hat und Wohnen am Wasser, Leben am Wasser ist für Wittenberge natürlich sehr wichtig. Und um Wasser, genauer gesagt um die Wasserstraße Elbe, soll es auch heute gehen, beim Elbe-Schifffahrtstag 2018 in Wittenberge. Elbe-Schifffahrt